Jojo und Damen und Herren, Herzlich Willkommen, meine Lieben Freunde, liebe Gute-Kommunität. So im ersten Tutorial von Dr. Tutorial HD. Heute zeige ich, oder zeigen wir euch mal, wie ihr Videos schneller laden könnt, weil das ist immer seit dem neuesten oder alten Designer eigentlich von YouTube, laden die Videos immer langsamer, dann wieder normal, dann wieder langsamer und immer so weiter und weiter. Und dafür brauche ich hier ein Programm, VLC Media Player, was ja viele glaube ich nutzen, 3-Bit, 64-Bit, ja, gleich hier eigentlich, zeige ich alles in die Beschreibung, dann geht ihr in den Browser, je nachdem was ihr nutzt, Opera, Chrome, Safari, Firefox, ja, das sind die Haupt-Eigentlich-Haupt-Browser. Ja, ähm, ja, äh, das machen wir jetzt zu, ähm, gehen wir mal auf YouTube. Äh, okay, dann gucke ich mal bei dem Video, äh, eigentlich völlig, egal, ob es dann lange ist. Ich gucke mal, ähm, ähm, Los. Video zum, ähm, Entschuldigung. Zum Todlachen, äh, machen wir mal AD, mal gucken. Äh, ja, machen wir mal, nehmen wir mal das hier. Sollten die Anträge zu kopieren. Indemieren wir das, dann hier, VLC Media Player. Ähm, machen wir ein bisschen kleiner, bis ihr wasser sieht. Ähm, so. Und so. Äh, und dann geht ihr hier oben links, auf Media. Und geht dann auf Open Network Stream. Genau, STRG N, CCRS N. So. Und dann, jetzt, äh, weiß ich nicht genau, ob das hier vom letzten Mal ist, oder, ob ich das schon mal gemacht hab. Ähm, auf jeden Fall, das ich eigentlich, mach ich, äh, kopier ich rein. Also, rechtsklick, Pass, oder STRG N, V. Okay, ich mach, STRG N, V, ah ja. Ist ein anderer Link. Okay, dann, äh, Gibt's hier. Einstellung, das brauchen wir nicht. Dann geht ihr auf, ähm, könnt ihr dann Stream, Convert, oder Play machen. Äh, ich würd's mal auf Play machen. So. Dann dauert ein bisschen. So. Und hier seht ihr dann, Irgendwann ist es ruckelfrei. Gute Qualität. Könnt ihr dann auch. Ja. Ja, gut. Der Vorteil ist dann auch hier, äh, ihr könnt das Video größer machen. So. 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 Ja, und ihr könnt auch Lautstärke noch lauter machen. Das ist eigentlich ein guter Vorteil, eigentlich. Ähm. Die Link kann man halt immer auf die Seite gehen. Wo man die Videos nicht noch mal gucken. Ja, ähm. Das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh. Wenn... ... ... ... ... ...